Jetzt kommt Clubhouse. Fast schon die Bearforce One und damit hallunderseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Jetzt aber ohne Teddykonflikt. Oh, VIP-Bruh ist ja gut. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Ich geh mal zu Luca. Und ohne. Ah, 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 Flügel. Äh, äh, äh. Oh, Karl, die haben sie aber auf dem Flügel also nicht. Die Mine da hinten, okay. Ich muss sie weg, ich muss sie weg, ich muss sie weg, 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 weg. Hu, 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 hu. Jawohl, die zweite hat ihn auch noch mitgenommen. Ich glaub der gleiche. Geil. Oh, er ist offensichtlich nicht gut. Zugangssperre ausgelöst, Nummer drei. Jemand hat dich im Visier. Jackal verfolgt mich. Vorsicht, du wirst verfolgt. Die vierte Zugangssperre. Bleibt nur noch die hier an der Tür. tot. Kalilip. Bitte mach mal auf, Asami. Wie, dass ich das mal sage. Die Null kommt vorne. Die Treppe zwischen beiden Bomben hoch. Weißt du, was ich meine? Von außen? Ich werde sie nicht leicht machen. Keine Null mehr. Karl, die war ja auch hier draußen. Bitteschön. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Ah, ein Geschenk. Hui. Ist es rund? Nee. Ist oben gelandet, okay. Äh, wo? VIP. Guck mir ja bekannt vor. Aber diesmal ist die Position noch besser. Die Bomben sichern. Ich weiß es gar nicht hin, auf der falschen Seite. Oh, ein Ziehmatten. Sehr gut. Mach gleich noch die Luke oben zu. Gibt keinen Grund dafür. Gibt keinen Grund dafür. Die zu zerschießen. Muss mich jetzt erstmal die Minen kümmern. Eine zweite Verstärkung anbringen war schon eigentlich zu viel, weil ich muss hier vorbereiten. Ist... Ist schwierig, wenn die wieder Kali haben. Luke oben zu. Wobei, die kennen Sie. Die haben sie vorhin mitgenommen. Das kann ich nicht nochmal machen. Und das haben die sich jetzt gemerkt. Neue Kameraübertragung läuft. Bonde vom Gegner entdeckt. Oh, ich wäre schon beschossen. Außen ist wieder ein Scharfschütze. Neue Kameraübertragung läuft. Eine Kamera in Position. Nicht in den Explosionsradius kommen. Versucht mal da durchzukommen. Neue Kameraübertragung läuft. Hinterhalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Zugangsperre scharf gemacht. Ja, sehr gut. Kamerafrau, sehr gut. Zugangssperre eins. Was? Bei der Küche? Na, das ist jetzt nicht so gut. Hm. Jetzt wird sie beschossen. Nicht da. Das hat Tabbelknackt. Da muss er auf sein. Zwei Zugangssperren sind aber auch gewagt. Jetzt ist er auf dem Flügel gehen aber auch. Zugangssperre zwei bei der Küche. Na Kamerafrau, ob du das überlebst. Okay. Nichts gesagt. Und der Drohne hat sie auch noch erwischt. Wo Termit öffnet. Hätte mich nicht gewundert, wenn die Zugangssperren ermischt hätte. Bei Ubisoft weiß man genau. Die haben den Scharfschützen immer noch. Oh, da ist noch Rauch, Rauch, Rauch. Nicht die Minen. Oh, zum Glück habe ich sie noch vorher erwischt. Die werden für was anderes gebraucht. Ah, Flügel, 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 immer noch Flügel. Meine Matte. Hinten. Einmal Flügel, einmal Nokia hinten bei mir. Alles zu Asamit an Fenstern. Nock habe ich und Cardi draußen ist aufwächst. Sehr schön. Oh, naja, Schatz. Die Position ist einfach extrem gut als Verteidiger, die wir gerade eben hatten. Die mag ich schon immer sehr. Dafür ist sie halt als Angreifer auch extrem ätzend. Schau ertet es. Keller. Frau Frost oder Mira haben sie. Solis haben sie auch. Solis, wie das klingt. Noch 10 Sekunden. Was warten? Aua! Fünf Sekunden bis Einsatz. Bombe gefunden. Gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ähm, Keller ist natürlich auch schwierig. Vor zu viert auf die eine Seite. Also ich muss darüber, weil da die versteckte Wand ist. Ist ganz schön rosa. So, weg da. Oh, hier ist ja bloß Pappe. Hat jemand eine Sprengladung dabei? Du? Ja. Hier ist bloß Pappe. Gelbe Pink. Sprengladung scharf gemacht. Schubbombs! Ist da noch mehr Pappe oder ist da verstärkt? Verstärkt. Weg da. Entdeckung gegen. Gleich knallt's. Oh, Ella! Oben auf der Treppe ist Ella. Okay. Guck ich mir mal an. Was? Da hat die Schrottflinte in der Hand. Oh, hier sitzt sie ja offen. So, ist nicht ungünstig. Ich will sie mir nicht angucken. Ich stehe hier blöd. Oh, 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 oh. Ich habe keinen Schuss abbekommen. Krass. Oh, 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 oh. Alter, was geht denn hier ab? Tate und 8 aktiv. Ich habe irgendwas mit Nacht aktiv verstanden. Naja, 8 Nacht. Nah dran. Oh, das war die Schrottflinte, die du abbekommen hast. Dann fährt sie runter. Oh, nur noch wir beide. Scheiße, die haben entschärft. Der Entschärfer wurde deaktiviert. Fack. Hm, das ist Finca. Mhm. Das war sie. Wir müssen eine Bombe aufspielen. Nichtbesprechungsraum. WIP-Zimmer. Uh, schwierig. Clash haben sie auch. Schlafzimmer, WIP. All identifiziert. Schlafzimmer, WIP, dann heißt es auf jeden Fall auf die andere Seite. Orte. Orte. Dahinten, wo eben jemand schon ist. Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Hoppla. Ah, falsche Seite. Hm. Pfff. Na, ein paar Sekunden. Kriegst drin drauf. Bombe wurde lokalisiert. Entschärfung einleiten. Na wie, Carly. Schon einen Schuss abgegeben. Bester Ziel, Heinz. Noch nicht getroffen. Hm. Sprenglanze bereit. Landesansicht. Ja. 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 miejsce. gegen bed eckern, die fäsident sindning. Ja. Ja. Hinter uns kommt wer. An der Treppe steht jemand. Und. Nein. Ja. Ja. Hier sind Kunden. Können sie vielleicht die andere Treppe nehmen, wir haben ja zwei, Vorsicht. Hier ist bloß Pappe, das mache ich nicht. Warte, ich habe, wenn du aufmachen möchtest. Na, die Noc, die halte gerne auf. Springladung scharf gemacht. Könnte jetzt hier vier auffliegen. Gibt dir mal den Entschärfer. Nein. Ja, hast du den gelöst, noch? Der Entschärfer wurde erneut gesichert. Greife ihre Verteidigung an. Ich lade ein neues Magazin. Zeit für etwas Krach. Ach, das Clash. Noc, beschmeiß sie mit irgendwas, bitte. Noc, bitte mach sie tot, du bist doch oben. Sie lebt ja noch. Jetzt nervt sie mich. Gegner! Ahaha, am Loch. Am Loch hätte die doch treffen müssen, die hat doch die Luke offen gehabt. Ei, ei, ei. Die konnte durch ihren Wischmob nix sehen. Tisch, Digga. Wischmob. Wischmob. Wieso sind wir nur noch zu viert? Was ist denn da kaputt? Der Super-Zieler ist gegangen, weil er wohl nix ganz super getroffen hat. Wie sieht's aus? Super Typ. Einmal mit Profis spielen, ey. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Keller. Mist. Oh, die haben Gabschrau. Wobei, die Schriftlinie hat doch jetzt jemand anderes auch von ihr. Ja, Thunderbird hat die. Hm. Kuschler, Kuschler und die Alibi. Nicht reinfahren. Oh Mann. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Keine rausrennen, Tür ist zu. Aber jetzt wird da grad Licht. Tja. Blöd mit Kali im Keller. Probiert's trotzdem. Oh, gleich geb ich drei auf eine Seite. Drei zu eins. Heck da. Oh. Ist noch mal zu. Oh, ha. Hätten ja erstmal die Bucht aufmachen können, aber nee. P90. Die Sonne ist alles. Nee, P-Mann, du hast den Entschärfer. Bitte reinkommen, hier ist viel Rauch. P-Mann, du hast den Entschärfer fallen gelassen. Okay, das wird nix, das schafft er nicht alleine. Einen eigenen Trupp verbleibt. Entschärfer wurde erneut gesichert. Du musst erst mal vier Gegner umbringen, bevor er anfangen kann zu entschärfen. Ach, da ist der Arm dran. Ecke war scheiße. Boah. Der hat es überlebt. Krass. Komm, Schaden bekommen in den Brücken. Oh, was ist denn das für komische Gegner? Jawohl. Wer abschaut, dann doch. Ja, voll, komm, komm, komm. Oh, 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 oh. Sie umläuft ihn. Stell dich in die Ecke und warte sie ab. Mach was. Schafft das. Nicht. Schade. Oh. Echt gut, wie die Mina die Kontaktkrette in den Rücken bekommt. Echt gut, wie die Kontaktkrette in den Rücken bekommt. Echt gut, wie die Kontaktkrette in den Rücken bekommt. Und wer die Kontaktkrette in den Rücken bekommt. Okay. Ich hoffe, ich habe das gemacht. Wir sehen. 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 Hoppla. 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 was mit leon das macht da ein auf römer in der steinzeit mit römer in der steinzeit sieht so komisch aus das war mein erster gedanke als ich den gerade gesehen habe hat leon gut gemacht so ist doch ein römer in der steinzeit soll sich halt nicht so anziehen ich glaube die sind unten wo schranger eck blumentopf im weg da mobiler schild macht ihn kaputt hallo bombe was wieder die schröpfende die krabbschrau haben könnte jetzt kann ich da nicht rein wo ich sonst immer reingehe ist aber ungünstig frau frost haben sie würde ich denn jetzt rein zurückgeholt werden das war ein schöner rums entschärfer wurde zurückgeholt nicht getroffen das war jetzt schlecht das waren entscheidende mädchen die mir gefehlt haben es hat viel leben gekostet dieses tür nicht treffen kacke jemand ist auf der treppe bei mir ich bin tot oh haltet ich auf der treppe grabschrau nein sie macht mich auch nieder jetzt kommt sie wieder hoch kärchenmann kärchen 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 oh mann kann ich weiß nicht die bringt uns alle drei um kärchen kärchen wirst du dir nicht richtig trocken wie ich die tue nicht richtig getroffen habe dritten auf kärchen 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Kompressor oder Büro, ich guck mal oben. Stößern da, Büro oben. Da ist was in der Tür. Das klang wie ein AVS, ja hier haben sie. Stößern da mal und noch was. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Noch 5 Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Ist keiner entdeckt? Laten sie die Kamera an. Hä, geht gar nicht. Die gucken nicht bis hin. Die haben Kamerafrau. Oder Mozi. Der stand an der Tür. Wobei man kann ja gar nicht mehr draußen platzieren die Kameras. Was? Wie konnte ich jetzt entdeckt werden? Mathe. Das ist noch eine. Aua, C4. Zweite Mathe Put. Gut. Wenn jetzt von hinten nochmal C4 auch fliegt, war es was. Frau Frost habe ich und ich war runter. Bisschen ungünstig. Biep, Biep, Biep. Kacke Ding, hau ab. Zwei Minuten, ich kann hier nochmal locker irgendwo anders hin. Moment, Zugang sperren könnten sie nicht haben, weil Frau Frost sie nutzt. Ich bin gleich wieder da. Ein Gegner übrig. Okay. Ah, es läuft nicht was. Oh, Kacke, der hat in dem Schritt gelauert. Mist. Nein. Ja so steht hier kommt. these Die Bomben schützen. Schneid, schneid, schneid. Ich lade ein neues Magazin. Standort der Bombe in Gefahr, endlich ein Blatt. Gerät wurde platziert. Gerät wurde aktiviert. Oder auch nicht. Die Wand ist verstärkt. Es bleiben noch 10 Sekunden. Okay, Kopfhörer aufdrehen. Ich lade nach. Das Gerät ist in Position. Bombe vom Gegner entdeckt. Hatten sind mehr wert als wohl. Gerät ist platziert. Die Wand wurde gesichert. Die Wand wurde gesichert. Die Wand wurde gesichert. Die Wand wurde verstärkt. Der kommt schon. Kacke, bin ich schlecht. Bin ich nicht... Was war das denn? Das war extrem kacke. Mist, scheiße. Verbleibende Operator des eigenen Trupps. Mission gescheitert. Eigener Trupp neutralisiert. Meine Partie spiele ich noch. Okay. Dann hat es sichs erledigt heute. Oh Mann, ey. Ich hätte einen Vorteil. Ich habe eher auf Schwarzblatt geschossen. Und hatte auch noch richtig viel Zeit, um ihn dann doch noch zu treffen. Und ich treffe zu wenig. Da pinch. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, da war eine Matte Wir müssen eine Bombe aufspüren Ganz oben... Ganz oben Asami haben sie Spreng zum Aurex wieder Und so drückt die Treppe hoch. Kapkan. Und Kamera vor. Voraus, Drohne, nicht rein! Noch lebt sie, noch sie lebt und überlebt. Haltet nach anderen Ausschau. Schwupp, schwupp, schwupp. Eigentlich könnte man hier die Eingreife so gut abgreifen, wenn man da oben schon aufmachen würde. Und wenn wir hier hochseilen, dann kann man uns alle abknallen. Komisch, dass es keiner macht. So, erstmal den Spieler hochkommen lassen. Keine Zugangssperre an den Fenstern an der großen Tür. Da ist nichts. Da ist einer und da ist auch ein Gegner in der gelben, in der blauen Zugangssperre. Der kommt mir nicht. Ich stehe immer direkt neben mir, ich höre ihn. Treppe kommt auf. Ich treffe nicht kacke durch meinen Untergang. Der muss zurückgeholt werden. Ach, was ist denn jetzt los? Der muss zurückgeholt werden. Der muss zurückgeholt werden. Der muss zurück auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020